Ich war fast erschlagen, als ich da zur Tür reinkam, weil das glänzte alles so und ich habe gedacht, ich sei in der Future, also in der Zukunft. Das war alles so, ja, stabil und schön und ihr seid alle so freundlich und also unbekannt für mich. Da war ich sehr überrascht. Viele, die mich einfach von früher kennen, ich hatte keine schlechten Zähne, aber natürlich nicht so weiss und so ebenmässig wie jetzt und die Fragen alle und also ich kann ihnen nur wärmstens Stentaprime allen empfehlen und ja, weil ich bin wirklich also überaus glücklich und zufrieden. Erstens mal für Qualität und sehr gute Arbeit, freundliches Personal und Kompetenz und einfach weiter zu empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.